Und jetzt nach Hause und lecker Pasta essen. Voll fette Tiefsee-Schokomazipankuchen. Gleich wirst du mein sein. Ich bin bereit. Ich bin schön. Ich bin bereit. Das wird mir hin. Ich bin bereit. Ich mache mich. Ich bin bereit. Aber ich bin nicht bereit. Hallöchen, ist es passt. Schön, dass wir wieder eingeschaut haben zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute wollen wir wieder rangehen an etwas von Spongebob. Und zwar wollen wir heute das Heusen von Mrs. Puff. Wird langsam sein, dass sie in die Stadt kommt. Aber bevor es hier losgeht, wollte noch einer gegrüßt werden. Und da habe ich einfach gedacht, so hey. Spongebob grüßt ja auch gerne Leute. Kennt ihr vielleicht noch? Hi Kevin. Ja, hi. Hi Kevin. Nein. Ich meine, holler. Hi Bennett. Schön, dich dabei zu haben. Schon lange kann ich mehr gegrüßt. Vielleicht füllen wir es wieder ein. Aber ich glaube, wer weiß. Vielleicht auch nicht. Hi Kevin. Ja, Spongebob, wir wissen es. Na gut. Aber heute geht es los an natürlich unsere Mrs. Puff. Ich würde sagen, Blöcke in die Hand. Auf geht's. Für unseren Mrs. Puff-Häuschen holen wir uns mal ein bisschen Magentenbeton raus. Gelber Beton ist heute dabei. Ein Diablock. Unsere Kamesin-Tür holen wir uns mal raus. Ein bisschen Wolle ist heute auch dabei. Ich empfehle orange wie weiße Wolle. Dann holen wir uns natürlich noch ein paar Glarscheiben raus. Heute empfehle ich mal ganz klar die hellblauen. Und dann holen wir uns noch ein paar Bögenschalter. Und die Kamesin-Schalter oder Knöpfe hat mal raus. Und schon beginnen wir mit dem Grundriss von unserem Mrs. Puff-Häuschen. Ich würde mal sagen, wir schnappen erstmal den gelben Beton und können uns hier so einen 3x3 kleinen Bogen uns hier einmal zeichnen. Wer möchte, kann sich schon gleich hier einmal den Diablock reinhauen und in die Tür einmal reinsetzen. So. Jetzt haben wir schon mal unsere Tür. Jetzt kommt natürlich noch der Rest vom Haus. Das heißt, wir nehmen unsere Magenta-Blöcke und zeichnen uns so einen kleinen Kreis vor. Ihr seht das schon ganz gut. Also wir setzen erstmal zwei Einer so schräg hin. Die Seitenteile sind immer auf einer 3er-Länge. Und die Ecken jeweils hier immer dieser eine einzelne Block. So. Und nochmal drei hinten hin. Und fertig haben wir das Ganze. Jetzt wollen wir das natürlich noch einmal hochziehen. Dabei setzen wir jetzt immer hier auf diesen 3er einen 5er hin. Das heißt, hier auf jeder Ecke, zack, nochmal einen weiteren Zipfel heran. Das machen wir hier auf jeden 3er, sodass es hier überall ein schönes Viereck wird. Wo dann, sage ich mal, immer die Ecken hier schon frei sind. So. Hier auch einmal überstehen lassen. Und hier bei unserer Tür, zack, setzen wir auch jeweils hier an der Seite nochmal so einen Knubbel hin. So. Diese Ebene hier, die wir uns jetzt hier hingesetzt haben, wollen wir auf eine Höhe von insgesamt 10 Blöcke uns einmal machen. Das heißt, wir setzen jetzt hier rauf noch insgesamt 9. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber insgesamt haben wir dann 10 Blöcke. Sobald wir das dann auf 10 Blöcke insgesamt hier hochgesetzt haben, wollen wir oben drauf uns noch so eine kleine Krone setzen. Das heißt, wir lassen hier auf der Vorderseite einfach mal einen Block Platz. Und dann setzen wir immer hier, zack, immer einen Magentenblock hin. Nachdem wir immer einen Block hier einfach mal frei lassen. Das ziehen wir hier ringsherum, wie so eine schöne Krone. Und sobald wir das haben, nehmen wir nochmal unseren gelben Beton und setzen überall, wo wir es freigelassen haben, nochmal unseren gelben Beton halt rein. Sobald wir das dann geschafft haben, können wir hier oben drauf nochmal eine komplette Plattform mit unserem gelben Beton und uns hier einmal langziehen. Und sobald wir das denn hier auch zugezogen haben, wollen wir hier drauf noch gleich einen Schornstein uns hinsetzen. Ich würde mal sagen, wir lassen einfach hier hinten in der linken Ecke einfach mal jeweils hier zu jeder Seite so zwei Blöcke Platz. Setzen wir zweimal Magenta, einmal nochmal einen gelben Block einmal rauf und fertig haben wir schon den ersten Schornstein. Jetzt wollen wir nochmal zwei weitere machen. Wir machen nochmal einen auf der rechten Seite. Lassen einfach denn hier, würde ich mal sagen, unten drei Blöcke Platz. Ab dem vierten setzen wir uns hier einfach so ein schönes Pluszeichen einmal ran. Daran setzen wir jetzt einfach mit unserem Magentenblock einfach mal so einen kleinen Winkel hier. Und dann setzen wir einmal gelb, einmal Magenta und wieder gelb. Und fertig ist der Schornstein. So, noch einmal mal auf der anderen Seite uns mal platzieren. Da gucken wir jetzt aber einmal von oben. Wir lassen uns jetzt hier drei Magenta Blöcke Platz. Eins, zwei, drei. Und ab dem vierten setzen wir hier unten einmal so ein schönes Pluszeichen einmal ran. Daran können wir wieder hier einmal Magenta, einmal gelb, dreimal Magenta und wieder einmal gelb uns hier platzieren. Und fertig ist auch dieser Schornstein. Jetzt würde ich nochmal in der Mitte mir ein kleines Fenster vorne machen. Ich gucke mal hier oben von unserem gelben Beton. Lassen wir einfach eins, zwei Blöcke Platz. Und jetzt schlage ich mir hier jetzt aber mal einfach mal so ein Pluszeichen einfach mal hier rein. Und kann mir dann auch gleich schon mal mein Glashelmer rein platzieren. Wunderbar. Sobald wir das geschafft haben, kommen wir natürlich noch ein bisschen zu den Birkenscheitern. Die möchte ich mir gerne als Nieten platzieren. Da setze ich mir einmal rings um meine Tür rum. Aber auch um mein Fenster platziere ich mir die einmal. Wer möchte, kann sich natürlich auch gerne noch Nieten hier einfach mal platzieren. Einfach so kann man das überall einfach noch ein bisschen ransetzen. Aber ich würde nicht so doll übertreiben. Zum Beispiel hier würde ich das jetzt einfach mal nicht machen. Vielleicht nur die noch ein bisschen verstärken. So, jetzt wollen wir natürlich noch das ganze Gebäude ein bisschen vernieten. Nehmen dafür unsere Kamisinknöpfe. Und dann kannst du einfach hier überall so ein bisschen hinfliegen. Setz so einen Knopf hin, kannst du schräg gehen. Kannst auch hier nach vorne mal kurz gehen. Oder so einfach schräg. Und dann fernieten wir uns jetzt einfach mal das ganze Häuschen hier. Einfach hier so hingehen. Überall sich hier mal Knöpfe nehmen. Zack. Und dann vernietest du das. Du kannst auch gerne diese Vernietrungen miteinander verbinden. Und dann ziehst du dir hier einfach alles so ein bisschen rum. So, vielleicht biege ich hier ab. So, ein bisschen leicht herum gepopelt. Und schon habe ich mir das ganze vernietert. Kannst du viel machen, kannst du wenig machen. Einfach hier so ein bisschen austoben. Zack, einfach so ein paar Vernietrungen machen. Und fertig haben wir das Ganze. Jetzt kommen natürlich noch ein paar weitere Sachen, die wir beim Häuschen bauen wollen. Zum Beispiel wollen wir uns natürlich noch einrichten. Von daher nehmen wir heute noch ein bisschen gelben Teppich mal raus. Dann einfach mal ein paar Glasblöcke, ganz normale. Die nehmen wir mal heute für Blubberbläschen. Dann holen wir uns noch ein paar Fichtenholztreppen raus. Steinstufen. Nochmal Magenta. Beton bitte. Noch ein bisschen Sand holen wir uns raus. Tropenfalltüren. Und glatte Sandsteintreppen. Wie Stufen sind dabei. So, kommen wir erstmal wie immer zum leichten Part. Zum einen können wir den Teppich hier gerne noch überall so ein bisschen verteilen, wo ihr das gerne machen möchtet. Hier einfach auf unseren gelben Blöcken setzen wir einfach nochmal welche rauf. Auf dem Dach würde ich mir das einfach kunterbunt ein bisschen setzen. Das heißt, natürlich jetzt hier nicht so stapeln, wie ich das jetzt hier zeige. Sondern einfach hier so ein paar Platten einfach mal raufsetzen. So, vielleicht lässt euch dann hier auch noch so einige Blöcke ein bisschen frei. Und verteilt euch einfach hier so ein bisschen Teppich noch drauf. Ich finde, das sieht immer schöner aus, als wenn das alles komplett glatt ist. Von daher kann man ruhig so ein bisschen noch was sich hier einfach mal raufsetzen. Zack, hier oben drauf mache ich mir was. Hier auf der anderen Seite möchte ich mir auch nochmal. Zack, zack und fertig. So, wer möchte, kann sich jetzt gerne auch noch ein paar Glasblöcke nehmen. Und sich hier einfach nochmal einfach ein bisschen, ja, so ein paar Blowerbläschen oben einmal hinbasteln. Könnt ihr viele hinmachen, könnt ihr wenige hinmachen. Tuft euch auf. So ein bisschen kann man aber schon platzieren. Ja, und dann haben wir das Ganze von draußen schon mal so gut wie fertig. Jetzt kommen wir natürlich noch einmal innen drin. Denn wir wollen uns das Ganze natürlich einrichten. Jetzt ist natürlich eine coole Hilfe, wenn man sich natürlich noch ausleuchtet. Zum Beispiel in Creative haben wir ja den Lichtblock. Den können wir jetzt einmal hier drin platzieren. Wenn man das nicht hat, gibt es auch noch eine Variante B. Und zwar natürlich mit Laternen oder Fackeln kann man sich natürlich auch noch ein bisschen beleuchten. Kommen wir erstmal zu den Wänden. Wir wollen hier unsere Magenta-Blöcke einfach mal auf eine Höhe von vier Blöcke. Würde ich mir erstmal machen. So, setzen wir das überall einmal hin auf vier Blöcke. Sobald wir das haben, setzen wir da schon gleich mal die Decke rein. Dann nehmen wir unsere Steinstufen und können die hier komplett einmal oben ausfüllen. Sobald wir das denn hier haben, können wir hier auf unseren Steinstufen dann einmal eine Magenta-Block-Schicht uns einmal komplett hier platzieren. Das ziehen wir uns hier einmal lang. Und darauf können wir gerne schon mal eine weitere Sandschicht uns platzieren. So, ihr seht, das schließt auch dann perfekt hier mit unserem Fenster ab, dass wir auch rausgucken können. Jetzt müssen wir natürlich hier nochmal eine Decke reinziehen. Du kannst dir gerne in der Deckenhöhe natürlich ein bisschen höher machen. Wir haben ja genug Platz. Aber ich würde das unten halt so anpassen, wie wir es haben. Das heißt, ich setze mir hier einfach ab der vierten Block-Reihe dann einfach hier meine Stufenschicht hin. Aber ihr könnt auch gerne die Decke ein bisschen höher euch setzen. Ihr seht ja, ihr habt ja noch so um die zwei Blöcke Platz. Vielleicht könnt ihr euch sogar hier vielleicht so ein kleines Versteck noch basteln. So, jetzt wollen wir natürlich noch nach unten kommen, weil sonst, ja, wie sollen wir denn runterkommen? Da würde ich einfach mal sagen, hier hinten, wenn wir jetzt vom Fenster aus gucken, hier einfach mal in der linken Ecke schlagen wir uns hier mal so drei Blöcke weg und nochmal drei nach vorne. Also zwei hier so zur Seite und drei nach vorne. So, dann können wir hier das einmal komplett bis nach unten hauen. So, und dann tausche ich hier nochmal meine Steinstufen aus. Und sobald ich das hier habe, möchte ich mir natürlich das hier noch ein bisschen besser machen. Das heißt, ich setze mir jetzt hier einfach mal so eine umgediebte Sandsteintreppe hin. Davon noch eine Stufe und das war's. Danach haben wir hier noch so einen Winkel frei. Den möchte ich mir einfach mal mit meinen Falltüren so ein bisschen zumachen. Muss ich mal hier noch so von der Seite mal gucken. So, klappt mir einfach die Falltüren so ein bisschen hin, dass man hier auch nicht runterfallen kann. Ihr könnt euch hier dann natürlich gerne irgendwie so einen Schrank hinstellen oder irgendwas anderes. Dann fällt das hier auch gar nicht auf, dass hier, sage ich mal, so eine kleine andere Textur ist. Ja, das geht dann da so ein bisschen unter. So, jetzt wollen wir natürlich noch nach unten kommen. Dann nehmen wir mal unsere Treppen einfach mal, die wir uns jetzt hier einfach so ein bisschen platzieren, dass wir hier so ganz einfach gemütlich auch runterkommen. Hm, ich glaube, da müssen wir noch einmal weiter ansetzen. So, das war schon richtig. Oh, nee, warte. Wir machen das hier so. Zack. Und dann muss ich hier einmal mal Genta mir weghauen. Genau, damit das auch perfekt hier unten aufgeht. So, dass dann, sage ich mal, hier die erste Treppe so angelehnt ist. Dann kommen wir hier so schön nach oben. So, jetzt wollen wir die Treppe natürlich noch verkleiden, damit sie ein bisschen dicker ist. Da sitzt ihr einfach. Ihr könnt gerne Stufen machen oder Treppen hier einfach drunter setzen. So, und dann seht ihr, geht das perfekt auch hier mit der Wand ein. Ja, und dann haben wir das eigentlich hier schon so gut wie alles fertig. Ich muss mal kurz überlegen, ob man es noch was machen kann. Eigentlich nicht. Jetzt kannst du sie natürlich noch einrichten. Aber bevor wir jetzt die Tour machen, nochmal so ein Tipp für alle, die, sage ich mal, sich hier dann irgendwie noch Lampen reinbasteln könnten. Nehmt einfach einen Trichter, hängt euch dann eine Laterne ran und schon habt ihr eine coole Beleuchtung und der ganze Raum ist auch damit erhellt. Kann man nicht nur unten machen, sondern oben auch. Und deswegen kann man sich ja vielleicht noch die Decke, sage ich mal, noch ein bisschen höher hängen, wenn man möchte, ne, wenn man, sage ich mal, den Kronleuchter nicht so dicht über dem Boden haben will. Na, das müssen wir nur noch treffen. So, jawohl. Und dann habe ich hier auch nochmal das gemacht. Ja, und dann kannst du dir das schon einrichten und dann sehen wir uns gleich zur Tour. Vorab nochmal, wenn ihr euch gerne natürlich auch noch hier so ringsrum euch schon in einen Garten basteln wollt, gebe ich euch da auch gerne noch das Maß. Die Vorderseite beträgt eine Länge von 17 Blöcke und die Seiten jeweils 23 Blöcke, falls ihr euch das langziehen wollt. Der Zaun ist ja auch relativ simpel mit Quarzblöcken und Stufen und Böken, Zäun, äh, ja, Zauntor einfach mal genommen. Man kann natürlich auch ganz normale Zäune nehmen, aber ich finde mit Zauntor sieht das einfach ein bisschen besser aus. Ihr könnt euch natürlich noch ein paar Pflanzen hinsetzen. Zum Beispiel hier, diese Ranken, die sehen einfach immer super aus für so Unterwassersielgras, was Mrs. Puff hier auch, sage ich mal, hat. Und hinten in ihrem Garten steht auch meistens irgendwie so ein Baum mit roten Blättern. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Baum sein soll. Und von daher kann man sich den auch ganz einfach hier basteln mit ein bisschen Zaun und auch hier diesen Niederwarzblöcken. Und vielleicht macht ihr euch auch noch ein bisschen Teppich rauf, falls ihr euch den Zaun, sage ich mal, so als Ast hier so ein bisschen darstellen wollt. Sieht ganz gut aus. So, dann wollen wir natürlich auch reingehen bei Mrs. Puff nochmal kurz gucken, wie sie so wohnt. Ja, man kann sich unten das natürlich ganz leicht einrichten. Alles, was man so braucht, macht man sich vielleicht eine Küche rein, Werkbänke oder so, kann man sich natürlich auch noch alles verbauen. Vielleicht eine kleine Sitzecke, wo man natürlich noch einen leckeren Kuchen sich vielleicht machen kann. Ja, dann haben wir hier noch einen kleinen Stauraum, ne? Unter der Treppe kann man sich gerne eine Kiste machen. Und dann kann man natürlich auch noch nach oben gehen und sich hier dann natürlich sein schönes Schlafzimmer machen. Vielleicht sogar noch hier so ein Rüstungsständer, dass man seine Sachen hier aufhören kann. Oder sich hier noch so einen Kleiderschrank hin basteln. Alles eigentlich mit dabei, Lichtbeleuchtung auch. Ja, und dann sind wir eigentlich schon durch hier. Zum Ende der Folge fliegen wir noch einmal ringsherum ums Häuschen, gucken uns das noch einmal an. Ansonsten sind wir natürlich jetzt fertig, denn Mrs. Puff wohnt in der Stadt. Jetzt fehlt natürlich nur noch die Bootsfahrschule. Die wird bestimmt irgendwann auch noch kommen. Die muss dann natürlich auch Spawn schon noch den Bootsführerschein beschaffen, wenn er es überhaupt noch schaffen sollte. Naja, wir werden es sehen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also raus rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.